Äh, Bescherung, meine Damen und Herren, und zwar das Highlight der Bescherung. Ich darf das Highlight ziehen? Die Weihnachtsmärchen-Fee hier. Vor allen Dingen von der Statur her bin ich ziemlich fehmäßig unterwegs. Ja, so, progressive Fee. Möchtest du, darf ich? Nee, du darfst, bitte. Du machst das so schön. Der Gewinner des Highlights, was auch immer es sein mag, ist die Nummer 194. Meine Damen und Herren. Da sind gleich mehrere. Und das ist nicht umsonst das Highlight, meine Damen und Herren. Wer hat die Nummer 194? Kämpft sich hier durch die Ränge. Liebe Nummer 194, du hast bekommen, jetzt geben wir alles. Jetzt zum Schluss hauen wir alles raus. Du kriegst diesen wunderschönen Nussknacker von uns. Der sich gewaschen hat. Plus die dazugehörigen Nüsse. Es weihnachtet, meine Damen und Herren. Du kannst es dann alles auch hier reinpacken. Wunderbar. Viel Spaß. Hier, sehr malerisch extra besorgt. Du kriegst ein sehr wenig angegessenes Hexenhaus von uns. Und ein Räuchermännchen. Ich denke mal, es ist aus dem Erzgebirge. Mit den dazugehörigen Räucher-Dingern. Danke sehr. Und dann haben wir die Nummer 21. Hast du da eigentlich reingebissen in dieses Lebkuchenhaus? Ja, weiß nicht. Irgendwie war das nach meiner Party was kürzer als vorher. Okay. Was habe ich jetzt verpasst? Naja, da liegen so Krümel und ein Herz. Gunter Gabriel eventuell. Ja, ich denke, ich glaube, wir kommen da schon klar. Hier vielleicht. Dieses wunderbare Herz kriegst du noch dazu. Ein Freund von mir hat auch mal so ein angegessenes... Das war doch der Witz. Egal. So. Jetzt kommt jedenfalls hier. Applaus, meine Damen und Herren. Und jetzt kommt nämlich die große Geschichte. Als kleines Zusatzgeschenk kriegst du eine Jahreskarte für Cefanoa. Bitte sehr. Aber wie kriegen wir das alles abtransportiert jetzt? Den Gutschein natürlich immer mitbringen. Ist das schon?